moin moin liebe leute heute wieder benji time am fünften vierten fünften 2016 aber zuerst gehen wir mal schnell zum körper ich habe noch kurz an gramm geholt eben im schnellstige und zwar ein exotisches und das gehen wir jetzt mal noch einlösen schnell hier ist auch eine freude also ist immer was schönes egal was hauptsache schönes mit 335 kein land außerhalb ok da war ich bin einmal ähnlich aber guck mal was für nicht level 335 ja super kann ich sonst mit und von dir nutzen ist ja schon mal gut nett so jetzt wenn man eine stürling kiste bekommen dass der link ist losse dort die man auf ich habe sie einfach so im post in der poststelle gehabt keine ahnung warum ein ganz ok ok weiß chromatin zweimal und speck da stiefel aber wahrscheinlich loslicht level ja 3 ja egal so ab zu banschi gestern gab es noch ein patch da wurde hauptsächlich der nachkampf im schmerzziegel noch verbessert beziehungsweise geändert ich war gespannt was wirklich so ist so es kann man erstmal benji durch so da haben wir erstmal die feldtests waffen erstmal hier die ohne test fr1 und zwar gegen wechseln einsetzen am besten macht ihr das in der zitadelle auf der venus dann haben wir hier die ohne test f1 noch mal dafür im schmerzziegel einsetzen ja gut kontrolle machen schmerzziegel durchlonsen und fertigwämsen und gutes dann hier und test hc1 präzisionsschüsse landen egal gegen welchen gegner schon mal gut dann hecke test a präzisionsschüsse landen auch egal gegen welchen gegner auch wieder super und dann hier noch eine schrote der getest a und zwar im schmerzziegel kill zu erreichen ja die mache ich wahrscheinlich nicht aber sonst die vier sind möglich oder schnell zu schaffen auf jeden fall die drei ging k.i. also pve sind auf jeden fall schnell zu schaffen die wächst mit den tauren dann hier die unter satz 1 und die hecke test a auf jeden fall schnell durch zu kriegen und fähig zu machen das sind dann gleich mal schon wieder 57 punkte das heißt ich kriege auf jeden fall definitiv ein level up dann ich bin gespannt was mir dann gibt ich dann überhaupt dann rang 18 danach okay so hier die schmiede aufträge noch haben die hecke a minus d was der automatik gewährt dann hier noch automatik gewähr so aus ari 45 soll ganz gut sein kann man sich durch mitnehmen und gesagt kommentar soll in den kommentaren mit den linken zu meinen seelen und auch anklicken und dann könnt ihr da mal lesen was gut ist und was nicht also aus dem kopf weiß ich nicht alles dann hier noch die soros jlb 42 raketenwerfer der ist auch ganz okay glaube ich weiß dann die soros jlb 47 der ist auch guter raketenwerfer und zuletzt die hecke jung gucku oder was die schrumpflinte ja ob die gutes weiß ich nicht gesagt den link was er als spielauftrag rauskommen könnte banschi war ich noch dann in den kommentaren rein und die diversen sachen halt primärtelemetrie dann hier ja dies das kennt ihr ja nicht zu sagen ja das ist heute banschi habe noch eine schöne waffe gekriegt im exotischen gramm gesagt macht die drei waffen schnell durch hier level banschi auch da kriegt auch guten staff von daher tier so rein dank fürs zuschauen dann fürs zuhören ich bin dann raus schön 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 schön